14. November 2022. Malenka. Honeycake with Cocoa. Miracle from Honey. Based on a traditional Armenian family receipt. 800 Gramm hat unsere Malenka Torte. Was ist da alles drinnen? Die Torte. 427 Kilokalorien. Und da gibt es viele, viele, viele andere Produkte. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Wo geht die auf? Hier werden die natürlich schön dafür. Dann machen wir es von der nicht so schönen Seite. So, schnitzen wir auf. Aufpassen, wir machen es da vom Körper weg. Und da sind wir jetzt noch nicht so schönen Seite. Ja, das ist hier. Unser Honeycake. Mit vielen Schichten. So, schaut die aus. Und wie schmeckt die? Und wie schmeckt die aus. 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 Das war's für heute.